Hallo, willkommen zur Syntax-Vorlesung, Woche 6, also Halbzeit. Heute geht es um andere Phrasen, soll heißen keine NPs und keine VPs. Wie immer zuerst der Überblick. Was ist mit andere Phrasentypen gemeint hier? Naja, Adjektivphrasen, Präpositionalphrasen, Adverbphrasen, Koordinationsstrukturen, also gar keine Phrasen im eigentlichen Sinn, und Komplementiererphrasen. Das sind die wesentlichen Phrasentypen, über die wir heute sprechen, indem ich Ihnen einfach sage, wie sie aussehen. Und ich beginne mit der AP, der Adjektivphrase. Auf jeden Fall, das wissen Sie noch, enthält jede Phrase einen Kopf. Und die Phrase ist nach dem Kopf benannt. Also eine Adjektivphrase enthält auf jeden Fall ein Adjektiv, und das ist der Kopf. Davor kann ein Gradierungselement stehen, wie ich das jetzt hier mal nenne. Solche Partikeln, wie sehr, ziemlich wenig, die sehr angenehme Stimmung, die ziemlich angenehme Stimmung, die wenig angenehme Stimmung. Das hängt so zusammen. Sie können zum Beispiel es mit dem Koordinationstest probieren. Die lockere und sehr angenehme Stimmung. Da sehen Sie, dass sehr angenehme irgendeine Einheit bildet, die sich so verhält wie lockere. Das passt ja eigentlich ganz gut. Dieses Gradierungselement muss nicht stehen. Die über alle Maßen angenehme Stimmung, die ja mal wieder so rein gar nicht angenehme Stimmung, zeigt, dass diese Gradierungselemente auch relativ komplex sein können, syntaktisch. Über alle Maßen wäre jetzt eine Präpositionalphrase. Und was das hier ist, darüber könnten wir nochmal gesondert sprechen. Auf jeden Fall rechnen Sie damit, dass hier Partikeln stehen können, aber eben auch andere Phrasenarten. Deswegen ist dann das Wort Gradierungselement auch nur eine Oberklasse. Noch vor den Gradierungselementen können, ja, Modifizierer nenne ich es, stehen. Nämlich zum Beispiel seit gestern. Die seit gestern sehr angenehme Stimmung. Das in Hessen überaus beliebte Getränk. Das gehört auch zusammen. Machen Sie wieder den Test. Das leckere und in Hessen überaus beliebte Getränk. Hier verhält sich in Hessen überaus beliebte auch wieder wie leckere. Es handelt sich also offensichtlich um Adjektivphrasen, bei dem, was hier jetzt so eingeklammert wurde. Man kann die nicht vertauschen. Die sehr seit gestern angenehme Stimmung und so weiter, das geht nicht. Und damit kommen wir zu einem Beispiel als, ja, Syntaxbaum, wie es immer so schön heißt, als Phrasenstrukturdiagramm. Die seit gestern sehr angenehme Stimmung. So sind Adjektivphrasen aufgebaut. Diese beiden Elemente hier vorne müssen nicht stehen. Es könnte auch einfach eine AP geben, die nur aus Angenehme besteht. Auf jeden Fall haben wir einen Kopf, einen adjektivischen Kopf. Und davor kann, in dem Fall ist es eine Partikel und eine PP, in diesen Positionen stehen. Für Modifizierer und Intensivierer. Oder Gradierungselement habe ich es genannt. Jetzt gibt es in der Adjektivphrase auch regierte Elemente. Ich zeige Ihnen Beispiele. Die auf ihre Tochter stolze Frau. Auf ihre Tochter stolz ist offensichtlich eine Adjektivphrase. Und auf ihre Tochter ist regiert von Stolz. Denn da kann ja nicht an ihre Tochter oder über ihre Tochter stehen. Das heißt, die Form von dieser Präpositionalphrase, auf ihre Tochter, wird vorgegeben von Stolz. Man kann das auch nicht umdrehen. Die stolze auf ihre Tochter Frau. Und das heißt, dass wahrscheinlich diese Ergänzungen eine dieser beiden Positionen vorne links in der AP besetzen. Die über ihre Tochter verwunderte Frau wäre noch eine andere Möglichkeit. Die verwunderte über ihre Tochter Frau. Da sehen wir auch wieder, dass über wird regiert von verwundert. Das kann ja nicht irgendeine andere Präposition sein. Und die Semantik von auf und über ist total verblasst. Mit überdrüssig können wir das auch machen. Sie sehen, es gibt da nicht nur ein Adjektiv und eine Art Direktion. Denn hier wird ja eine NP im Genitiv regiert. Also gar keine PP wie in den ersten beiden Fällen. Das sind alles Möglichkeiten, was Adjektive machen können. Wenn wir uns jetzt eine ziemlich volle AP anschauen, dann bekommen wir sowas. Die seit gestern auf ihre Tochter sehr stolze und dann in der Gesamt-NP Frau zum Beispiel. Und der Pfeil zeigt jetzt hier nur zur Verdeutlichung an, dass auf ihre Tochter regiert ist, seit gestern nicht. Wir können die beiden hier vertauschen, die auf ihre Tochter seit gestern sehr stolze Frau, aber sehr, das ist halt diese besondere Position direkt neben dem Adjektiv, kann nicht hier zwischen. Das heißt, die seit gestern sehr auf ihre Tochter stolze Frau, das geht nicht. Wir sehen also, dass die Struktur der Adjektivphrase relativ starr ist. Wir haben hier vorne eine Position für Modifizierer und Ergänzungen. Dann eine Position fürs Gradierungselement. Beide müssen nicht stehen. Von den Modifizierern und Ergänzungen kann es mehrere geben. Und dann folgt der Adjektivkopf. Regiert sind nur die Ergänzungen. Die Modifizierer und Gradierungselemente nicht. Dieses Schema beschreibt, für unsere Zwecke zumindest, exhaustiv, wie Adjektivphrasen aussehen dürfen. Diese Bezeichnungen hier sind jetzt Oberbegriffe. In einer konkreten Analyse schreiben wir da nicht Modifizierer oder Gradierungselement, sondern wir schreiben die Wortklasse oder die Phrasenklasse in das Diagramm. Wichtig ist aber, wenn Sie eine Adjektivphrase bauen, muss sie diesem Schema entsprechen. Wenn Sie irgendwo eine Analyse anfertigen, wo Sie eine Adjektivphrase vermuten und die sieht anders aus als das, was das Schema hier zulässt, dann stimmt was nicht. Wir kommen schon zur PP, zur Präpositionalphrase. Und ich erinnere Sie erstmal daran, Präpositionen haben eine einstellige Valenz. Die fordern in der Regel eine Nominalfrase, in fast fast allen Fällen eine Nominalfrase mit einem bestimmten Kasus. Das heißt, sie haben nicht nur Valenz, einstellig, sondern auch Rektion. Auf dem Tisch steht Ischariots Skulptur. Einen Meter unter der Erde ist die Skulptur versteckt. Wir sehen hier die Präposition auf, hier die Präposition unter, danach steht jeweils eine NP. Ja, und hier steht noch etwas davor, einen Meter unter der Erde. Seit der EM springt Christina weit über ihrem früheren Niveau. Das ist so ein bisschen ähnlich. Hier haben wir die Präposition über mit davor noch einem Wort weit. Wie kann man sich das jetzt als Analyse vorstellen? Na gut, der Baum ist erstmal trivial. Einen Meter ist offensichtlich eine NP. Dann haben wir den präpositionalen Kopf. Jede Präpositionalphrase muss eine Präposition enthalten. Und danach wird die Valenz saturiert, wie man sagt. Und da steht dann die regierte NP. Das zusammen ergibt die PP. Damit kommen wir gleich zum Schema für die PP. Tja, da können Modifizierer stehen, wie zum Beispiel die NP gerade. Dann kommt der Kopf und immer eine NP. Dieser rechte Teil hier ist obligatorisch. Der Modifizierer muss nicht stehen. Und Sie sehen, hier steht wieder so ein Oberbegriff, Modifizierer. Wenn Sie in den Baum schauen, haben wir hier natürlich reingeschrieben, was es ist. Eine NP. Modifizierer ist ein Oberbegriff, damit wir die Schemata in dem Fall in einer eleganteren, kompakteren Weise angeben können. Dann sind wir schon bei der Adverbphrase, der Adve-P. Adverbphrasen sehen so ähnlich aus wie Präpositionalphrasen, nur dass sie eine nullstellige Valenz oder eben gar keine Valenz haben. Was meint er damit? Ischariot malt sehr oft. Ischariot schwimmt weit draußen. Ischariot verreist sehr wahrscheinlich. Wenn Sie sich hier diese orange markierten Wörter vor dem Adverb anschauen, dann machen die so etwas Ähnliches wie die Modifizierer in der Präpositionalphrase. Dann kommt halt keine Präposition, sondern ein Adverb. Und Adverben haben eben keine Valenz und brauchen nicht eine NP rechts von sich. Aber ansonsten verhalten sie sich ziemlich gleich, syntaktisch und sind auch sehr gleich aufgebaut. Ein Beispiel im Baum für eine Adverbphrase mit Modifizierer. Sie sehen, hier steht Partikel und nicht Modifizierer, weil wir die konkrete Wortklasse hinschreiben. Partikel sehr modifiziert das Adverb, den Kopf und das bildet eine Adverbphrase. Eine PP hätte jetzt hier noch eine NP rechts, ansonsten ist sie aber gleich aufgebaut. Entsprechend ist auch das Schema so, wie das der PP, nur ohne die regierte NP. Einen möglichen Modifizierer muss nicht stehen und dann ein Adverb und das bildet zusammen die Adverbphrase. Damit kommen wir nämlich schon zur Koordination. Koordinationsstrukturen sind ein bisschen anders. Und was wir jetzt sehen, ist eigentlich die Struktur, die dafür verantwortlich ist, dass der Koordinationstest funktioniert. Koordination verbindet nämlich Gleiches mit Gleichem zu Gleichem. Ihre Freundin möchte Kuchen und Sahne. Sie erinnern sich an diese Beispiele von dem Test. Es ist Sonntag und die Zeit wird knapp. Hast du das Teepulver auf oder neben den Tatami-Matten verstreut? Was wir jetzt in allen diesen Fällen sehen, ist, dass wir etwas haben, zum Beispiel ein Substantiv, ein Nomenkuchen und etwas von der gleichen Art, in dem Fall Sahne. Und wir stellen diese Koordinationspartikel dazwischen und es kommt etwas raus, was genauso sich verhält, wie die einzelnen Teile sich syntaktisch verhalten hätten. Das ist eigentlich die Erklärung dafür, dass dieser Test funktioniert. Das funktioniert nämlich mit allen Phrasenarten, allen Konstituenten im Grunde. Eben hatten wir einfach Substantive. Hier haben wir ganze Sätze. Haben wir jetzt mal S genommen als Symbol. Es ist Sonntag und die Zeit wird knapp. Zusammen verhält es sich wieder wie ein Satz. Auf oder neben den Tatami-Matten. Die Präpositionen auf und neben werden mit oder verbunden. Das Ganze verhält sich wieder wie eine Präposition. Das Schema für die Koordination, das ist jetzt eins, in dem es keinen Kopf gibt. Die Koordinationspartikel selber ist kein Kopf. Sie verbindet einfach nur irgendetwas mit etwas Gleichartigem und bildet etwas Gleichartiges. Wie die Kategorie ist von dem, was da rauskommt, hängt aber von der Kategorie ab der koordinierten Strukturen. NPs, Adverben, Präpositionen, VPs, PEPs, was auch immer. Was hier reingegeben wird, kommt da oben wieder raus. Kappa ist ja einfach nur die Variable für irgendeine Kategorie. In dieser Theorie sind also Koordinationsstrukturen kopffrei. Das ist nicht immer so. Es gibt Theorien, in denen Koordination asymmetrisch ist. Und dann haben wir da einen tatsächlichen Kopf in Form der Koordinationspartikel. Das machen wir hier nicht. Wir schauen uns stattdessen die Komplementiererphrase an. Das ist das letzte, was wir heute tun. KP abgekürzt. Und die sind ganz leicht zu erkennen, denn es handelt sich um eingeleitete Nebensätze. Eingeleitet mit dem, was man traditionell unterordnende Konjunktionen nennt, haben wir ja als Komplementierer bezeichnet. Wir reden also über solche Strukturen wie der Arzt möchte, dass der Privatpatient die Rechnung bezahlt. Der Arzt möchte, dass der Privatpatient bezahlt die Rechnung geht nicht. Wir sehen, dass in diesen Nebensätzen das finite Verb am Ende stehen muss. Der Privatpatient bezahlt die Rechnung wäre ein wunderbarer, unabhängiger Satz. Aber im Nebensatz muss das Verb ganz hinten stehen. Der Arzt möchte, dass bezahlt der Privatpatient die Rechnung. Das wäre ein schöner Fragesatz, aber als Teil eines Nebensatzes nach dem Komplementierer überhaupt nicht geeignet. Die Struktur der KP sieht so aus. Wir sehen also, die KP enthält den Kopf, den Komplementierer und eine VP. Da muss Verbletztstellung herrschen und mehr kann auch schon gar nicht sein. KPs sehen immer genau so aus. Der Kopf gefolgt von einer VP und rauskommt ein eingeleiteter Nebensatz. Die KP als Schema ist deswegen ganz einfach. Wir haben einen Kopf und hier ist ein Rektionspfeil. Da kann man sich darüber streiten, ob das Rektion ist, das der Komplementierer verlangt, dass das Verb am Ende der VP steht. Das kann man eigentlich auch ohne Rektion modellieren. Damit zeigen wir aber auf jeden Fall an, dass die VP eine ganz bestimmte Form hat, nämlich das finite Verb muss ganz am Ende stehen. Nun, wie sieht jetzt eigentlich diese VP aus, außer dass das Verb am Ende steht? Darüber reden wir nächste Woche. Und was haben wir eigentlich jetzt mit unabhängigen Sätzen? Sehen die irgendwie so aus wie irgendwelche von diesen Phrasen, wie eine VP vielleicht? Haben wir schon gesehen. Nicht so wirklich. Da reden wir über nächste Woche drüber. Wir sind schon mitten im Überblick. Nächste Woche geht es um Verbphrasen und Verbkomplexe. Es ist auch eine relativ kurze Sitzung. Bei den Sätzen werden wir dann ein bisschen länger brauchen und dann geht es nochmal im Detail um bestimmte Eigenschaften von Nebensätzen. Nächste Woche aber erstmal VPs. Wie sind die strukturiert und was hat es mit dem Verbkomplex auf sich? Ich hoffe, Sie schauen vorher schon mal ins Buch. Ansonsten bis dahin. Vielen Dank.